Ja, meine lieben Fußballfreunde, meine lieben Hertha-Freunde und willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Nachdem Typhoon Korkut gestern entlassen wurde bei Hertha BSC und wir eigentlich damit gerechnet haben, wo viele mit gerechnet haben, dass wir erst heute am Montag eben ja wissen, wer der neue Trainer wird, wurde gestern am Abend, am späten Nachmittag bekannt gegeben, dass Felix Magath jetzt neuer Trainer bei Hertha BSC wird und eben für die nächsten acht Spiele das Traineramt übernehmen wird. Ich werde in diesem Video über meine Meinung reden und natürlich auch darauf eingehen, was bisher ja gesagt wurde von den Beteiligten und genau darum soll es in diesem Video gehen. Ja, was kann man erstmal zu Felix Magath sagen? Ich denke, das ist erstmal mit die beste Lösung für unsere Hertha, denn es ist eben so, dass wir jetzt einen Feuerwehrmann brauchen, der eine Aura mitbringt und der die Jungs auf dem Trainingsplatz fordert, der die Jungs auf dem Spielfeld fordert und ich denke, da wäre wirklich keiner wirklich besser als ein Felix Magath. Auch wenn sein letztes Traineramt schon etwas her ist und auch bei Fulham, ja, seine letzte richtige Trainerstation, es nicht ganz erfolgreich war, er war danach natürlich auch noch in China, aber ich denke, in der aktuellen Situation, man muss natürlich auch bedenken, nicht jeder Trainer möchte jetzt gerade in dieser Situation sich unsere Hertha antun und eventuell seine Karriere ein bisschen ruinieren damit, wenn man jetzt eben mit der Hertha absteigt, aber Felix Magath ist ein klasse Typ von der Person und ich habe da sehr viel Hoffnung, dass jetzt das Ganze auf die Mannschaft rüberkommt und dass die Mannschaft jetzt wirklich merkt, was in der aktuellen Lage Phase ist. Felix Magath sagt Folgendes zu seiner Verpflichtung. Ich hatte sehr klare Gespräche mit Fredi Bobic und es ist die sportliche Lage bewusst. Ich bin bereit, mit all meiner Erfahrung dabei zu helfen, den Klassenerhalt zu erreichen. Wichtig ist jetzt die volle Fokussierung von allen auf die verbleibenden Spiele und genau das ist genau das, was wir gerade brauchen, voller Fokus auf acht Spiele. Wir haben jetzt am Wochenende das Spiel gegen Hoffenheim. Ich weiß auch, dass ein Felix Magath in dieser Woche jetzt nicht so viel Zeit hat, viel umzustellen und es so zu machen, wie er das Ganze möchte, aber danach haben wir eine Länderspielpause und dann ist noch mehr Zeit und dann kann auch natürlich ein Felix Magath mehr darauf eingehen. Aber wie gesagt, ich bin da auf jeden Fall erstmal sehr überzeugt. Ich finde erstmal einen Felix Magath viel besser als einen Teil von Korkut. Da haben wir natürlich auch erstmal einen Upgrade und wir können halt auch nicht so viel verlangen als Tabellen 17. der Bundesliga mit einer komplett unmotivierten Mannschaft. Dann hat natürlich auch Fredi Bobic etwas zu der Sache gesagt und zwar hat er gesagt, die Vita von Felix Magath spricht für sich. Er hat schon vielfach bewiesen, dass er mit seiner Erfahrung in jeglicher sportlichen Situation an den richtigen Stellschrauben drehen kann, um uns aus unserer sportlich herausfordernden Lage herauszuführen. Ja und ich glaube gerade mit seiner Aura, mit seiner Person kann Magath punkten und wird er auf jeden Fall punkten und wenn sich da irgendein Spieler nicht dran hält, dann wird er das auf jeden Fall natürlich spüren und da werden auf jeden Fall auch nur Spieler spielen. Da bin ich mir sehr sicher, wo er sich auch sicher ist, dass diese Spieler alles geben. Ich möchte eigentlich ja niemanden richtig absprechen, dass er nicht immer alles gibt und nicht immer alles will, aber man muss es auch sehen und das sieht man oftmals bei den wenigsten. Das ist auf jeden Fall die Meldung jetzt um 13 Uhr. Heute am Montag ist die Pressekonferenz, wo er vorgestellt wird, werde ich mir auch angucken. Mal schauen, vielleicht mache ich dazu nochmal ein Video, aber das soll es erstmal davon gewesen sein. Von der kurzen Information, Felix Magath, jetzt Hertha-Trainer. Was sagt ihr aber dazu? Findet ihr das gut? Findet ihr das nicht gut? Schreibt eure Meinung in die Kommentare und lasst natürlich gerne ein Like und ein Abo da. Ich bin jetzt raus, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, haut rein und ciao.